Sogar die Jungs mit dem Schweigelübde murren schon. Meine Frau aus dem Zeugenschutzprogramm ist ermordet worden. Mein Bruder meint, er wäre schuld daran. Er ist fest davon überzeugt, dass er den Killer zu ihr geführt hat. Und du teilst Dons Lustfolgerung nicht? Selbstverständlich nicht. Du bist also gefühlsmäßig anderer Meinung. Ich meine, wenn du Fakten hättest, um das zu beweisen, dann würdest du mit Don reden, nicht mit mir. Sehr richtig. Okay. Okay.